Haben wir Veganer heute hier? Mal kurz Lärm machen? Keine Angst, die jubeln schon, man hört die aber nicht mehr. Die haben ganz wenig Energie. Da vorne. Wie heißt du? Samantha. Krass, denn alle wollen die hier heute, oder was? Das ist ja unglaublich. Wie nenne ich deine Freunde? Sam? Hi Sam. I'm vegan, for me no jam. Ähm, Ham, das war's, ne? Ham, genau. Wow, habt ihr nicht mal gemerkt? Das ist echt schäbig, Alter. Samantha, wie lange bist du schon vegan? Ein Jahr. Warum? Weil du im Bioladen gearbeitet hast? Und was genau hat dich da gestört? Die ganzen Raucher. Weißt du, was vegan heißt? Ich bin Veganerin. Warum? Ich hasse Raucher, wirklich. Das ist das Allerletzte. Und wenn die dann noch Alkohol saufen, ne, für mich nicht. Ich lebe vegan. Ich hab teilweise, bin ich so vegan, da esse ich den ganzen Burger einfach so, weil ich einfach... Aber Bio. Samantha. Du isst kein Fleisch. Keine Eier. Kein Käse. Nix. Nur Staub. Sam with no ham and no smoking.